So, es laufen die Vorbereitungen. Da sind die zwei jetzt in ihrem Schlafkörbchen. Aber jetzt geht es gleich los. Jetzt werden die Sachen leckerliweise versteckt. Und zwar im Bällebad. Und dann sind wir mal gespannt, was gleich hier abgeht. Es wird gerade alles präpariert. Was bekommen die Guten denn dort? Getrocknete Herzchen. Getrocknete Herzen bekommen sie jetzt angeboten. Und dann wollen wir doch mal sehen, was hier abgeht. Ja, wo seid ihr? Mäuse, Mäuse, Mäuse. Kommt. Bido, Fariba, hier, komm hier. Hier, lecker, 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 lecker. Hier, hier, hepp, rein. Und da kommt der Nächste. Und Sprung. Ja, und ab geht's. Rein, suchen, suchen, suchen. Und schon die ersten gefunden. Ja, auf, auf. Schmecken die Herzen? Und Jolin möchte auch gerne rein. Und immer tiefer geht's rein. Immer tiefer. Immer tiefer. Ja, hinten kommt der Sterb schon hoch. Ja, das ist doch was Tolles. Katze geht mal auch dran vorbei und schaut mal, was da so abgeht. Und hier geht die Post ab. Und die Bälle werden rausgeräumt. Na, Mila, was müsstest du? Schau mal, Mila, was da los ist. Ja, was geht da ab? Ja, was? Habt ihr alles? Ja, klasse, macht ihr das. Alles ausräumen, Bälle raus, damit wir auch an alles rankommen. Toll, macht ihr das. So sehen gesunde Welpen aus. Raus aus der Kiste. Und wieder rein. Und raus. Und rein. Ja, Fariba, Fido, wo ist was? Ja, Fido, wo ist? In der Kiste. Hepp, hepp. Hepp, hepp und aufs Kissen und da rüber. Hepp. Ja, klasse. Klasse macht ihr das. Ihr seid schon gut. Ja, keine Ahnung. Ja. Vielen Dank.